211, Ersatzzug, Navi 230. Schon die erste Klasse. Man kennt's. Ich blende euch ein Bild ein, wie die Baureihe aussieht und ja, der Kollege hat ein Bild klar gemacht. Beine eingeklemmt. Also Sitze, kann man sagen, sieht gut aus. Machen wir Sitzprobe, ne Leute? Ja, machen wir Sitzprobe, du solltest auch. Oh, was steht denn da? Da steht, abonniert mich. Ne, muss ich nicht. Auf jeden Fall, die Toiletten sind aus dem Betrieb. Läuft. Schön Dosto, da fährt der E5. Ja, da geht's gleich. Kannst du da ein bisschen... Dankeschön. Kannst du da ein bisschen laden? Ja. Kannst du da ein bisschen laden? Ich muss gleich erstmal hierhin, solange keiner da ist. Ich brauche eine Türschaut. Ja, ich war auch. Das hat hier. Ich brauche eine Türschaut. Was? Ach so, Türschäck. Hallo. Was denn? Oh, da steht auf. Abonniert Maurice. Und wir fahren jetzt auch gleich ab. Auf jeden Fall seht ihr alles beim Maurice auf dem Kanal. Der verlassene Bahn steigt. Ja. Wir fahren jetzt auch ab. Ja. 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 Ja.